Herzlich Willkommen zurück zum neuen Part von Elspersupersmashbrothers. Was machen wir jetzt? Was kämpfen wir jetzt? Was hast du gerade gewählt? Smash Bros. Aber mei. Ja ok, aber wer ist ein Charakter? Achso, gar kein Charakter, ich kämpfe jetzt gegen mich, weil ich die Tue dahinter haben will. Bewohner Team, naja. So. Vier. Aaaaaah, ich kotze den Strahl, sorry. Vier, was, das sind gerade so vier Bewohner hier. Ich hasse Bewohner. Da musst du gleich gegen vier. Schau mal, die erste verreckt selbst im Wasser hier. Die können halt alle in die Swim. Dann heißt es, das Wasser kann mich auch töten. Ja, aber die 8 Bit Map ist an sich ganz nice. Aber du musst nur ins Wasser schubsen, dann sind sie weg. Die kommen da nicht mal raus. Die können schweben, ich nicht. Das ist ein cooles 4 zu haben. Was ist das? Was ist das? Ja. 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 Oh. Alter ist natürlich getroffen. Ach, ich muss alle in der bestimmten Zeit besiegen. Ach so, ja sagt's doch, was soll ich das riechen, Jungs? Hab ich gerade auch nicht gelesen. Ich auch nicht, deswegen. Da oben ist die Zeit, ah okay. Ja okay, jetzt hab ich's verstanden. Nein! Boah, jetzt kommen die mit hier in ihrem Kessel, also jetzt kesseln die mich. Immerhin ist einer schon ausgesplummt. Ah, einer noch, komm. Komm her. Ja! Nice. Ich hoffe, das ist das Little Mac, was. Sorry. Passt. Das hab ich doch irgendwo gesehen. Ja, hier Wissensbaum. Wissensbaum. Der Wissensbaum, so wird der Part genannt. Merkt ihr bitte mal der Wissensbaum. Merk ich mir doch. Für den dritten Part. Ah, der Boden und das andere. Einiger Schaden hat man. Unterdoll ist es nicht so eine Leitstädte für Abwehr. Interessant, dieser Baum. Das blickt ja noch nicht durch. Du hast aber alles interessant. Schau, da kannst du mit diesen Pumpen, die du da oben einsammelst, durch die Kämpfe. Kannst du dir da Vorteile holen. Cool. Das ist cool. Ich kenne keinen einzigen. Muss man die kennen. Ich kenne mich zu werden. Ich kenne ihn. Ich kenne sie. Ich kenne sie. ね? Hallo? Er ist das rausgedeckt. Ja, moin. Zweiter Flachrohr. Fährt das auch raus. Oh, das war knapp. Ha. Das ist ein Nacken-Klatscher. Das ist nicht los. Das ist ein Nacken-Klatscher. Denn es ist die. Ola! Sa- GEWONGEN! Interessant. Interessant, ich habe mir nichts durchgelesen, aber okay. Hm, jetzt ist die Brücke da wieder repariert, oder? Ja, ich habe die Brücke. Äh, ich ähm, äh. Pahi? Scarabuan, Alter. Nein, das will ich nicht gerne. Ich habe das hier besser. So. Schaust du so? Genau. Keine Reaktion. Wow. Oh. I'm here. Glaube ich dir irgendwie nicht. Ich habe mir was gelesen. Oh. 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 Ich habe mir eine Kampel. Oh. 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 Nein, 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 nein! Sorry. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh. Jo! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Nein, 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 nein! Oh! 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 Nein, nein! Nein! Jo! Ist klar! Und konnte ich das nicht aktivieren. Aktivieren. Ist ja gut, das ist deutsch heute. Ich kotze gleich in Strahl. Komm her, Lahn! Komm! Komm! Ja, komm! 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 Ja! Komm! Nein, f*** dich. Ja, ist klar. Komm her, oder? Tja, Bastard, Leute. Welcher Bastard. Ja, mhm. Klar. Ich habe mehr mittlerweile als er. Guck mal, f*** dich. F*** dich. 88. Nee, 83. Ja. Ja. Nein! Du Wichser! Nein! Oh! Ich kann es trotzdem einsetzen. Hoppala! Das war nicht für Absicht. Okay. Ja! Ja, leg! David? Ja? Warum bist du da hinten? Ja, ja. 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 Pah hai. Pah hai. Okay. Uh. Oh. Fick dich. Wien ist ein tofes Mauling. Komm her. Komm, Murat. Fick sich. Lässt. Fick. 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 Ich hab vielleicht gepusht. Wie soll ich mich da retten? Ich nutze so einen Strahl. Ich bin bereit, los! Ja, ist klar. Ich geb dir auch ein paar Small-Link, Alter. Komm her. Ja, ist das Schick. Oh! Hiss! Hiss! Runtergerollt. Halt den Maul. Ja, ich bin bereit, los! Ich muss ihn passen mal, Alter. Komm her. Was ist das? Was macht das denn denn nochmal? Boah, Bauern, Limmel, Alter, es gibt den Bossen, Maul. Komm her! Uh! Ha! Nein! Der Hohen kann sich ja pushen! Scheiße! Scheiße! Komm her! Ha! Ah, eine Bombe abkriegt die Bauer. Oh, das kam. Wooh! Wooh! Fick dich! Ja! Ah, ich hab noch nicht geschickt. Fuck! Fick dich! ... ... ... ... Ohne Sinn! Hä? Durchgepusht, du Hurensohn! Ich pushe mich auch immer durch alles durch Bei mir geht's nicht Wichser Scheiß NPCs Alter Nintendo programmiert mal besser Das ist fucked up Ha Wichser Wundert Ja Bleib da Heimling Er gewonnen Das war ein fairer Gebot Ja Aber ehrlich Kaiserschnitt Guck mal an das ich nicht mehr nennen Komm schon immerhin Ich hab jetzt ne Truhe erreicht Ui jetzt sag mal was in der Truhe drin ist Musik Ja ist doch schön Musik ist doch gut Das war's nicht wert Ah ich kann jetzt apropos da hoch So also jetzt wieder so ein Platz Wo wir ursprünglich waren Bauen wir jetzt ne neue Brücke Erstmal die Brücke bauen Und dort geht's weiter Und zwar im nächsten Part Von Super Smash Bros Ultimative Macht's gut liebe Leute Bis zum nächsten Mal Und ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal